Höcke ist ein NAZI. Dieses Zitat wurde getätigt von niemand geringer als der grünen Fraktionschefin in Hamburg in der Bürgerschaft. Daraufhin musste die Sitzung vollständig unterbrochen werden. Ich bin dafür, dass das endlich unter Strafe steht, jemand anderen als so etwas zu bezeichnen. Moin zusammen, ich bin Olli. Wir gucken uns die Situation, die ziemlich eskaliert ist. Lass jetzt gerne ein Abo da, wenn du neu bist. Und wir gehen direkt rein. Apollo berichtet darüber. Höcke ist ein NAZI. Grüne Fraktionschefin beschimpft die AfD so scharf, bis die Sitzung unterbrochen werden muss. Weil eine grünen Abgeordnete Björn Höcke in einer Rede als NAZI nannte, wurde die Hamburger Bürgerschaft für eine Stunde unterbrochen, nachdem die AfD die Einberufung des Ältestenrats gefordert hatte. Die Abgeordnete erhielt daraufhin einen Ordnungsruf. Da fehlen mir wirklich die Worte. Wie kann man einen Menschen, der heutzutage Politik betreibt, der nicht im Gefängnis sitzt, der offensichtlich nicht vorhat, Menschen in Züge zu stecken und sonst etwas zu tun? Ich will gar nicht darüber nachdenken und diese Gedanken weiter ausführen. Was damals hier im Lande passiert ist, ist so unfassbar. Und das mit einem Björn Höcke gleichzusetzen, das sollte endlich mal unter Strafe gestellt werden. Es reicht. Es steht mir bis hier, dass dieser Begriff dieser schrecklichen Leute von damals in einer inflationären Art und Weise verwendet wird, die ihresgleichen sucht. Es ist unfassbar, was diese Partei sich mittlerweile alles hier anhören muss, aushalten muss, was die Parteimitglieder, was die Politiker der höheren Ränge oder auch kleineren Ränge tagtäglich ausgesetzt sind, mit ihren Familien, oftmals am normalen Geschehen draußen, auf den normalen Straßen nicht mehr teilhaben können, weil sie sonst angegriffen, bespuckt und ähnliches werden, weil ihre Häuser beschmiert werden und ähnliches, keine Wohnung mehr finden, dass die Partei keine Möglichkeit hat, Treffen und Veranstaltungen demokratisch abzuhalten, die sowieso gesetzlich vorgeschrieben sind, Parteitage abzuhalten, dass sie ihre verschiedenen, ja wie sagt man, Lokationen, die gemietet werden, gekündigt werden und ähnliches. Du kannst es dir alles nicht mehr ausdenken. Das sind die Argumente, die von verschiedenen Politikern verwendet werden und speziell jetzt hier der grünen Fraktionschefin, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Das kannst du dir beim besten Willen wirklich nicht mehr ausdenken. Wir gehen hier rein. Am Mittwoch ist das Ganze passiert, kam es in der ersten Sitzung der Hamburger Bürgerschaft nach der Sommerpause zum Eklat. Björn Höcke ist ein Punkt, 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 ließ die grünen Fraktionschefin Jennifer Jasberg zu Beginn ihrer Rede verlauten, nachdem die AfD infolge des Solingen-Anschlags die Migrationspolitik kritisiert hatte. Zitat, wir Bürger sind mittlerweile zu Schutzsuchenden im eigenen Land geworden, mahnte beispielsweise der AfD-Fraktionsvorsitzende Dirk Nockemann hier im Bild zu sehen. Und wenn man sich ganz klar die zahlreichen, aber doch häufiger stattfindenden Einzelfälle mal anguckt, dann sieht man doch klipp und klar, dass hier eine Gefahrenlage in Deutschland besteht. 13.844 Fälle mit Messersituationen gab es im letzten Jahr durch Raubdelikte oder ähnliches, genauso wie auch Bedrohungen, Übergriffe, Angriffe und sonstiges. 13.844. Und die AfD soll womöglich auch noch schuld daran sein? Wer weiß, vielleicht kommt das ja jetzt auch noch. Es gab ja schon den einen oder anderen, der sich geäußert hatte bezüglich Solingen und es hieß, die AfD hat daran eine Mitschuld. Ja Leute, das kannst du dir wirklich beim besten Willen einfach alles nicht mehr ausdenken. Es ist sowas von unangenehm, was hier passiert. Aber man sieht ja, die Grünen pfeifen aus dem letzten Loch. Sie sind fertig mit der Politik. Sie sind verängstigt, dass sie ihre letzten positiven Tage erlebt haben, dass sie ihre Mandate verlieren werden, dass sie ihre Futtertröge nicht mehr gefüllt bekommen und ähnliches. Anders kann ich mir nicht erklären, in welcher kurzen Zeitabstände jetzt auch immer und immer häufiger so massiv irgendetwas gegen die AfD rausgehauen wird. Das Ganze geht hier weiter. Beide Redebeiträge, während der von der AfD angemeldeten aktuellen Fragestunde zum Thema Solingen ist überall, sorgten für eine Auseinandersetzung in der Bürgerschaft. Zunächst hatte Noggemann auch die CDU ins Visier genommen, der er Heuchelei vorwarf, da sie 2015 von Angela Merkel angeordneten Grenzöffnung als Klatschhasen einfach akzeptiert habe. Und das ist ja nachweislich der Fall. Die Grenzen wurden einfach geöffnet. Mittlerweile, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde ja auch gesagt, Merkel hat nicht hier im Alleingang entschieden, das war alles in Ordnung, das passt soweit. Aber es ist trotzdem ein riesengroßer Skandal. Und dass sich jetzt der ein oder andere CDU-Politiker über die Situation aufregt und meckert, sorry, jetzt, 2024? Fast zehn Jahre später? Das kommt fast zehn Jahre zu spät. Die AfD macht das seit Beginn. Und das geht hier weiter. Die kürzlich durchgeführten Rückführungen von Straftätern nach Afghanistan seien am Placebo, sagte Noggemann weiter und forderte, Deutschlands Außengrenzen müssten endlich dicht gemacht werden. Zunächst schienen die Mitglieder der Bürgerschaft diese Haltung nicht gänzlich abzulehnen. Der auf Innenpolitik spezialisierte SPD-Politiker Sören Schumacher merkte zwar an, Deutschland und Hamburg werden sich weiterhin an das Recht halten. Aber auch Abschiebungen würden Teil des Rechtsstaats sein. Ja, und wenn das Gesetz es so und so vorsieht, dann muss man halt über das Gesetz diskutieren. Das ist ja ganz einfach. Und warum konnte man denn zu EMM-Zeiten Kontrollen an den Grenzen durchführen und die Grenzen auch zum Teil komplett schließen und Ähnliches machen und auch Täter festnehmen und genauso auch Leute an der illegalen Einwanderung hindern und zurückweisen. Wenn das jetzt nicht mehr gehen soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Da fehlt mir die Fantasie, um das nachzuvollziehen. Als Rednerin folgte daraufhin die Frau Jasberg, die ihre Rede mit den Worten, Björn Höcke ist ein NRZI und die AfD eine gesichert rechtsextreme Partei in Thüringen und Sachsen eröffnete. Im Fokus der grünen Fraktionschefin stand nur die AfD. Sie forderte eine Abkehr von rechten Positionen. Zitat Manche nutzen eine schreckliche Tat nur dafür, um Stimmung zu machen, kritisierte Jasberg und erklärte, auch sie habe Angst vor Islamismus. Das Asylrecht sollte man deshalb aber nicht hinterfragen. Tja, das ist dann die Meinung der grünen Politikerin hier in diesem Fall. Sie hat zum Glück hier nach einer einstündigen Unterbrechung von der Bürgerschaftspräsidentin Carola Weid und das Bürgerschaftspräsidium, die Lage bewertet und so weiter, hat sie einen Ordnungsruf bekommen. Zwar würden die Äußerungen der grünen Politikerin unter die Meinungsfreiheit fallen, ohne eine weitere Einordnung, aber nicht in eine Debatte eingebracht werden, heißt es hier. Ja, Leute, nochmal, ich bin dafür, dass solch eine Gleichsetzung unter Strafe gestellt wird. Weil es kann nicht sein, dass man jemanden so betitelt mit dem, was mit Millionen unschuldigen Menschen hier in dem Land passiert ist, was ein Herr Höcke meines Erachtens definitiv nicht vorhat. Also solche Gedanken alleine zu haben, da so eine Gleichsetzung zu machen, das ist an Ekelhaft, wie ist die Steigerung von Ekelhaft? Es ist einfach nicht übertreffbar, wie ekelhaft es ist. Es ist wirklich einfach nur abstoßend. Es widert mich an, was diese grünen Politiker von sich geben. Und da frage ich mich allen Ernstes an die grünen Wähler. Vertretet ihr solche Positionen? Findet ihr das richtig? Ich finde es ekelhaft. Abo nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao.